Ja, wir sehen hier das Word 2016, das wir jetzt mittlerweile an der Schule haben. Man sieht hier im Vergleich zum 2010er, wo dann sofort die Schreiboberfläche aufgegangen ist, dass man hier erstmal eine Dokumentenart wählen soll. Also entweder hier leeres Dokument oder ich wähle hier unten irgendeines aus. Hier zum Beispiel Visitenkarten kann ich drauf gehen. Wenn ich dann hier auf Erstellen klicke, dann wird es entsprechend hier im Word vorbereitet. Wenn ich das nicht haben möchte, dann muss ich ein neues eröffnen, Datei neu. Also entweder leeres Dokument wieder oder ich kann hier auch die Vorlagen durchsuchen. Wenn ich zum Beispiel einen Kalender haben möchte, dann wäre mir hier Kalender vorgeschlagen. Und die könnte ich hier nochmal entsprechend filtern und hier dann auch entsprechend auswählen, erstellen. Und dann wird das Ganze hier im Word angelegt. Ich kann hier sogar noch die Jahreszahl bestimmen, Monat. Und dann wird es hier entsprechend aktualisiert. Ja gut, schauen wir uns ein anderes mal an. Ich schließe das mal nochmal. Und hier geben wir auch nochmal raus und sagen leeres Dokument. So, mal schauen, ob mein Lieblingsbefehl noch funktioniert. Ist gleich Rand, Rand, Klammer auf, Klammer zu. Dann haben wir schon mal ein bisschen Text hier. Ja, was hier vielleicht gleich auffällt, wenn man hier auf Datei klickt, dann sind die Registerkarten von eben verschwunden. Hier muss ich auf den Pfeil zurückklicken. Im vorhergehenden Word waren die alle noch sichtbar. Das Schöne ist, dass hier nichts mehr störendes im Bild ist. Man kann sich hier komplett auf die Hintergrundaufgaben konzentrieren und wenn man wieder ins Dokument möchte, hier auf dem Pfeil und hier dann weiterarbeiten. In dem Startbereich, da hat sich eigentlich gar nichts geändert. Von den Befehlen hier in der Menüleiste. Bei Einfügen dann schon wieder eher was. Verschwunden sind die Cliparts. Dafür wurden hier Online-Grafiken, die Funktion für Online-Grafiken hier eingefügt. Wenn ich hier draufklicke, dann geht zum Beispiel die Bing Bildersuche auf. Wie das genau funktioniert, zeige ich nochmal in einem anderen Video genauer. Dann haben wir hier zum Beispiel Add-ins. Ich könnte jetzt da so hergehen. Eins habe ich schon drin. Diesen QR-Code-Ersteller. Also wenn ich hier zum Beispiel eine Webadresse habe. Nehmen wir mal die von der Schule her. Und sage hier Code einfügen. Dann habe ich hier also diesen QR-Code drin. Und wenn ich den entsprechenden einscanner, dann komme ich auf unsere Schule-Homepage. Ja, was haben wir noch drin? Online-Videos kann man einfügen. Hier sogar aus YouTube. Mal schauen, ob es mich da auch schon gibt. Also das sind auch Videos von mir drin. Könnten wir hier entsprechend einfügen. Und dann ist das hier als Feld drin. Allerdings funktioniert es dann nicht so, dass sich das Filmchen hier in diesem Bereich abspielt. Wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann geht es praktisch hier auf den ganzen Bereich hier vergrößert über. Ja, was haben wir hier noch? Unter Einfügen eigentlich hier so nichts mehr. Wikipedia haben wir auch nochmal. Dann in Turf, Layout, Verweise. Das hat sich eigentlich ziemlich gleich geblieben. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wer das Word 2016 auf dem Tablet nutzt, der kann hier in einen Lesemodus gehen. Wenn ich also hier draufklicke, dann kann ich mich hier durch die Dokumente entsprechend durcharbeiten, ohne dass hier störende Elemente oben noch sind. Und kann mich also voll und ganz auf den Text konzentrieren. Wenn ich hier weiterarbeiten möchte am Text, dann sage ich Ansicht Dokument bearbeiten. Oder ich gehe hier einfach wieder zurück auf die Seitenlayout-Funktion. Ja, eine tolle Neuigkeit gibt es dann doch noch, wenn ich zum Beispiel einen Befehl suche. Dann kann ich hier bei dieser Ideenlampe, nehme ich mal an, ist das nach dem Befehl suchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, wo ist denn Silbentrennung, dann schreibe ich hier Silbentrennung oder nur Silben. Und schon schlägt er mir Silbentrennung ändern vor. Und ich kann hier praktisch meinen Befehl hier sofort auswählen. Probieren wir mal weitere Sachen aus, wie zum Beispiel Speichern. Findet er dann auch gleich. Kann ich hier auch drauf gehen. Und er bringt mich dann sofort in diesen Speichern, zu dieser Speicherfunktion. Mal schauen, was er macht bei Grafik einfügen. Grafik. Dann schlägt er mir die SmartArts vor. Bild einfügen. Na ja, so genau, also so ausgefeilt ist es jetzt noch nicht. Mal schauen beim Seriendruck. Na gut, da habe ich da dann den Assistenten. Na gut. Okay. Was noch ganz interessant ist, ich kann hier dieses Dokument freigeben. Allerdings muss es dann vorher in der Cloud gespeichert sein. Das heißt, ich müsste hier auf OneDrive gehen. Ich müsste mich hier beim OneDrive Konto anmelden. Wenn das dann der Fall ist, dann kann ich also hier in diesem Bereich dann mein Dokument teilen mit jemand. Und ich kann es auch dann dadurch zeitgleich mit jemand anders bearbeiten. Wie das allerdings funktioniert, das zeige ich dann in einem anderen Film. Das ist vielleicht ein bisschen längerer Vorgang hier. Okay, das war es im Großen und Ganzen. Ansonsten reichen eigentlich die Videos, die ich vorgemacht habe, mit dem Word 2010 aus, um hier entsprechend auch weiterarbeiten zu können. Okay.